Du bist nicht wie andere, wann begreifst du das endlich? In dieser Welt, so wie sie ist, gibt es keinen Platz für dich oder mich. Ja, aber warum? Warum bin ich dann überhaupt hier? Ganz einfach. Du bist hier, um diese Welt zu deiner und meiner Welt zu machen. Du brauchst mir bloß deine Hand zu reichen und ich verspreche dir, ich werde dir die Kraft dazu geben. Du bist hier, um diese Welt zu machen. Du bist dazu bestimmt, diese armselige Menschheit auszuleschen. Du bist hier, um diese Welt zu machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin geboren worden, um auszulöschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.